Also nicht ernst nehmen, Vicky. Alles klar. Puppe, komm mal, ist gut. Komm mal, ja, Puppe, komm. Ich glaube, sie war nie weiter weg, Haro. Oh Gott. Eklig, ne? Selbst bei mir haben sich gerade die Nackenhaare gestellt. Das ist eklig, oder? Widerlich. So, ich gehe jetzt weg und steige in mein SUV ein. Tschüss. Ich fahre nach Dubai, oder? Genau. Ich fahre nach Dubai. Ja, Shalom, meine Freunde, zu einer neuen Runde. Ich hoffe mal, dass jemand irgendwas vor das Intro geschnitten hat, was meine leichte Verzweiflung erklärt. Aber wahrscheinlich wird es jetzt eben keiner tun. Heute beschäftigen wir uns mit einem freudigen Thema. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erst mal vorstellen, wer wir heute sind. Das ist in den letzten Wochen und Monaten hat sich das ja häufiger mal geändert. Dementsprechend ist die Vorstellungsrunde wichtiger denn je. Mit bei der Heidenfreude sind, oder wie man sagt, egal, Karol. Hallo, Karol. Ja, Moinsen. Ja. Flo ist auch dabei. Jo, Servus. Vicky, hallo Vicky. Hallöchen. Und zu guter Letzt, der ins nicht ganz kalte Wasser haltende wahrscheinlich, aber gerne würdende Olli in Köln. Moin. Da ist ja richtig viel Begeisterung bei dir. Richtig. So wie bei uns allen. Wir sind total begeistert, dass wir jetzt podcasten dürfen. Ja, scheiße, Alter. Echt, ey. Alles scheiße. Gibt kein Geld dafür, keine Anerkennung mischt. Es ist einfach nur. Wie, kein Geld? Moment, was? Na, du nicht. Du wischst ja bloß. Also, mach mal weiter, Elias. Mach schnell weiter. Mach weiter. Ja, ja. Nach diesem enthusiastischen Intro und unserem sowieso schon großen Freude in dieser Hitze, würde ich sagen, wir beschäftigen uns heute mit der Lösung eines der größten Probleme in aller Zeiten, oder? Die CDU. Frauen verstehen? Die CDU. Frauen verstehen. Oh wow. Dabei könnte ich helfen. Ja. Ja. Bei der CDU? Zuhören hilft. Zuhören hilft. Ganz extrem beim Frauen verstehen. Nee, tut's nicht. Jetzt gehört CDU. Danke für den guten Rat. Bitteschön. Schon aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Nein. Vor ein paar Wochen war das Ganze vielleicht dann doch etwas aktueller. Aber wer sind schon wir, dass wir uns aktuelle Themen zur Brust nehmen? Jetzt ist es nicht unaktuell, aber es ist gerade etwas Ruhe wieder reingekommen, beziehungsweise etwas aus den Nachrichten verschwunden. Wir, ja, Karol, weiß schon, was es geht. Ich wollte jetzt schon wieder CDU sagen, aber stimmt gar nicht. Wir sind in den Nachrichten aktuell. Denn je, ich wüsste auch nicht, was das historisch, egal. Äh, nee, wir beschäftigen uns heute mit der Lösung des in dicken, fetten, Anführungszeichen geschriebenen, äh, Judenproblems. Oh. Ein Judenproblem? Ich wusste gar nicht, dass wir eins haben. Mhm. Und wir beschäftigen uns mit einem ganz speziellen Lösungsansatz. Nämlich mit einem sowjetischen Lösungsansatz. Mhm. Okay. Hat jemand schon eine Ahnung, von was ich rede? Also, Karol weiß, dass ich die Folge machen wollte. Das dürfte wahrscheinlich alles sein, was du weißt. Und die anderen? Die, du redest aber nicht von der Ärzteverschwörung. Angeblich. Was für eine Verschwörung? Ärzte Verschwörung? Ja. Ach du Herrgott, jetzt wird es ja immer kruder. Oh je. Ich spreche von keiner Verschwörung. Ich spreche ja von einer Lösung. Ich spreche, also Pläne. Ich nehme an, es sind Pläne, wie man irgendjemanden von A nach B bringen kann. Und ansiedeln kann oder so. Das ist doch immer die Frage, die sich stellt, wenn es um das Judentum oder andersrum, wenn es um die Juden geht. Ist korrekt. Ja, und da die Russen ja eh so viel Platz haben, haben sie sowieso gerne Leute irgendwo mal hinsiedeln lassen und ihnen da Land gegeben. Aber ich wüsste jetzt sonst auch nicht, wovon Elias spricht. Mein 10. Jahrhundert? Große Pogrome und dann große Auswandlungsfälle? Ne. Die kommen vor, aber das ist nicht das Thema. Achso. Ich wusste davon auch nichts, bis ich mich damit beschäftigt habe. Ich meine, wenn ich jetzt nichts wüsste, dann wäre die Folge kurz. Aber wenn ich so auf meine Seitenanzahl des Skriptes schaue und darauf schaue, wahrscheinlich wie lang diese Folge wird, ein bisschen was weiß ich dann schon mittlerweile. Aber fangen wir mal vorne an und hören hinten auf. Ich denke, das ist ja unser normaler Lauf. Das Russische Reich hatte die größte jüdische Bevölkerung der Welt. Jetzt sind wir tatsächlich im 19. Jahrhundert, weil das ist der Beginn des Ganzen. Da gab es nämlich also 1879 gab es 5.215.000 und 800 Juden. Haben die einen Zensus gemacht? Ja. Wow. Fortschrittlich, fortschrittlich. Und jetzt kommt der liebe Flo mit seiner Massenimmigration zwischen 1881 und 1914. Emigrierten davon annähernd 2 Millionen. Ja. Sie suchten bessere Lebensbedingungen und waren auf der Flucht vor Verfolgung. Die Zaren hatten es den Juden verwehrt, in ihrem Reich zu leben, also in dem Russischen Reich, bis sie dann Ende des 18. Jahrhunderts Ostpolen mit dann einer großen jüdischen Bevölkerung dann noch annektierten. Also die russischen Zaren haben die Juden schon ausgewiesen gehabt eigentlich. Aber nun haben sie jetzt Ostpolen annektiert und da hatten sie dann doch nochmal eine sehr große jüdische Bevölkerung. Polen historisch, eine der tragischen Geschichten, die die Geschichte hat, historisch ein sehr offenes Land. Ein Land, was für Religionsfreiheit stand. Stand. Muss man dazu sagen. Stand. Ja, stand. Ja, die Zaren wollten nun aber diese Juden nicht und sie wollten aber sehr wohl die von ihnen bewohnten Gebiete. Alle Juden, ungeacht ihres Wohnsitzes, waren dann einer weiteren Einschränkung unterworfen. Also einem numerus clausus, einem Quotensystem, dass die Anzahl von Juden, die zu höheren und weiterführenden Bildungsanstätten zugelassen werden konnten, streng begrenzte. Es gab außerdem weitere politische Einschränkungen und wirtschaftliche. Sie konnten weder Beamte noch Offiziere werden oder außerhalb der Siedlungsregions ohne Genehmigung Handel treiben und durften auch nur noch wenig Land besitzen. Das war insofern entscheidend, da ungefähr 80 Prozent der Gesamtbevölkerung des Reiches von der Landwirtschaft lebten. Und sie waren vom Handel und der Landwirtschaft eigentlich irgendwie ausgeschlossen. Was übrigens ja dazu führen sollte, dass die sogenannten Ostjuden die armen Juden wurden. Die waren eigentlich am Anfang gar nicht arm, aber sie wurden halt arm gemacht durch die Zaren. Und, das hat Flo auch schon erwähnt, sie wurden Opfer von Pogromen, die die Regierung mehr oder weniger duldete und vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen förderte und verloren dabei ihr Eigentum oder gar das Leben. Nach der Ermordung von Zar Alexander II. im Jahr 1881, diese Ermordung, wem lastet man die an? Sicher einem jüdischen Attentäter. Jupp. Den Juden allgemein. Oder eine ganze Weltverschwörung. Weltverschwörung hier. Zionismus, klar. 18, ja, wann? 1881? Ja. Ja, kommt langsam hin, ja. Ja, also Zionismus hat man das vielleicht nicht genannt, aber den Juden eben. Und daraufhin kommt es im Süden des Reiches zu einer Welle von Pogromen und, ja, wie gesagt schon, zur Massenimmigration. Wir haben jetzt aber eben den Zionismus, der entsteht. Und das ist ja im 19. Jahrhundert, beginnt er dann am Ende. Und, ja, Juden und Nichtjuden beginnen an einer ganzen Reihe von Lösungsvarianten für dieses, in Anführungszeichen, wie gesagt, bitte hier dicke, fette Anführungszeichen, jüdischen Problems. Also die Lösung des Ganzen. Wir kennen zum Beispiel jetzt eben die Zionisten, die einen eigenständigen jüdischen Staat im Heiligen Land wollten und im Endeffekt auch bekommen haben. Wir haben ja schon eine Folge zu dem Nahostkonflikt. Eine andere Möglichkeit war die vermehrte Assimilation der Juden, die traditionell in eigenen Kommunen abgeschieden von der restlichen Bevölkerung lebten. Teils als Schutzmechanismus, teils aus anderen Gründen. In einem Gedicht aus dem Jahre 1866 rief der Dichter Judah Leib Gordon seine jüdischen Zeitgenossen folgendes zu. Zitat. Dieses Land Eden, gemeint Russland. Öffnet euch nun seine Tore, seine Söhne nennen euch Brüder. Wie lange werdet ihr als Gast noch bei ihnen weilen und warum kränkt ihr sie nun? Hebt euren Kopf, richtet euch auf und blickt sie mit liebenden Augen an. Öffnet euer Herz der Weisheit und dem Wissen. Werdet ein aufgeklärtes Volk und sprecht ihre Sprache. Seid draußen ein Mann und ein Jude in eurem Zelt. Eurem Landsmann ein Bruder und eurem König ein Diener. Ja, also eben ein Verfechter dieses, ja, der Assimilation des jüdischen nur nach innen sein, also nach außen eben ein Russe sein. Ich meine, die Diskussion darüber, ob ein Jude eine Ethnie ist oder nicht und so weiter, das hatten wir schon in der Folge zum Ostkonflikt, die lassen wir an dieser Stelle mal ganz beiseite. Im Russischen Reich, wie auch in den meisten Teilen Europas, bedeutete die vollständige Assimilation den Übertritt dann aber zum Christentum, was nicht nur der endgültige Bruch mit der jüdischen Religion, sondern auch mit dem jüdischen Volk und der eigenen Familie bedeutete. Es überreicht jetzt kaum, dass verhältnismäßig wenige Juden zu diesem Schritt bereit waren. Wen wundert's. Die Pogrome der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts und die reaktionären Regime Alexander II. und Nikolais II. warfen dann einen dunklen Schatten auf den Wunschtraum von der Akkulturation der Juden und ihre Aufnahme in der umgebenden Gesellschaft. Anstatt, in Anführungszeichen, Europa nun anzunehmen, warten sich viele ab. Man vertrat stattdessen die Ansicht, dass die jüdischen Leiden nur in einem unabhängigen jüdischen Staat behandelt werden könnten. Man griff hierbei auf die traditionelle jüdische Hoffnung auf Schivat Zion, die Rückkehr nach Zion zurück. Das ist die Geburtsstunde der Zionisten, was schlussendlich dann die Gründung des Staates Israel als Folge haben sollte. Doch wir wissen ja jetzt, dass die Gründung dieses Staates noch einige Jahrhunderte dauern sollte, noch einige Jahrzehnte dauern sollte, bis das passiert. Und auch in Russland sollte noch einiges passieren. Revolution, Lenin, Stalin, Zweiter Weltkrieg. Also einiges, was so passiert, historisch. Doch in dieser Zeit entwickelte sich in Russland oder beziehungsweise der Sowjetunion ein eigener Plan, wie das dicke, fette Ausrufezeichen, Judenproblem, gelöst werden könnte. Ich glaube, ich lasse in Zukunft dieses Ausrufezeichen einmal weg. Lass doch einfach das Judenproblem weg. Es ist halt Quellenbegriff aus der Zeit. Okay. Also ich erfinde den Begriff da ja nicht rein. Und naja, wir müssen uns dafür in das Jahr 1934 begeben. In diesem Jahr errichtete die Sowjetregierung nämlich im fernen Osten an der Grenze zu China das JAG, das jüdische autonome Gebiet. Diese an der chinesisch-sowjetischen Grenze ungefähr 5000 Kilometer von Moskau entfernte gelegene Gebiet, besser bekannt unter dem Namen ihrer Hauptstadt. Birobdichan sollte die neue Heimat der sowjetischen Juden werden. Nochmal, wie heißt die Hauptstadt? Birobdichan. Birobdichan? Birobdichan. Wie wird das geschrieben? Birobdichan. Also B-I-R-O-B-I-D-S-H-A-N. Birobdichan. Okay. Birobdichan. Ich schicke es auch euch nochmal gerne und es sollte ja dann im Titel dieser Folge stehen. Also weil das ist das Thema, um was es heute eigentlich gehen sollte. Also das autonome jüdische Gebiet oder autonome jüdische Oblast, wie es eigentlich heißt, beziehungsweise Birobdichan. Die Errichtung des JAG war Teil der Bestrebungen der kommunistischen Partei, eine territoriale Enklave zu schaffen, in der eine säkulare jüdische, im jüdischen verwurzelte und sozialistischen Prinzipien verpflichtete Kultur eine Alternative zu Palästina zu bieten. Hm. Gewagt. Ich meine, hat jemand schon etwas davon gehört? Nee. Überhaupt noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Kommunismus und eine sich stark über eine religiöse Zusammengehörigkeit definierende Gruppe. Wie geht denn das? Ist irgendwie so. Aber wieder so eine Stellung, wieder so eine Stellung, so als Speerspitze oder weiß nicht, ja, als Spitze hin rüber zu den Chinesen, ist natürlich klasse. Interessant. Also ich wusste, wie gesagt, auch nichts davon davor, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Und sagen wir mal so, alleine, dass wir darüber nichts wissen, sag schon einiges über den Erfolg des Ganzen aus. Naja, beziehungsweise über eine hervorragende Propaganda der Sowjetunion, die es gut verstanden haben, Projekte, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten, gewissermaßen geschichtlich nicht weiter irgendwie und so, ne? Die Region heißt heute immer noch Autonomes Jüdisches Oblast. Das gibt es heute noch. Krass. Das ist ja erschreckend. Das ist kein, was? Okay, gut. Mach weiter. Also ist das nicht so, dass... Die Weltverschwörung wird, der das nicht gehört hat. Genau, genau. Die unterdrücken das. Das wird zensiert. Muss es ja sein. Ja, ja, ja. Die Idee dieser jüdischen Heimatstätte fand auch eigentlich zu Beginn großen Anklang unter den sowjetischen Juden. Man beabsichtigte, mit dem Birobidjan-Projekt die zionistische Fokussierung auf Palästina zu unterbinden. Das JAG existiert ja noch immer, wie ich sagte. Auch die regionale jüdische Zeitung und man kann im Lehrerseminar sogar noch jüdisch studieren und einmal die Woche ein Radiobrogramm in dieser Sprache empfangen. Doch die Juden stellten immer nur eine Minderheit unter den Bewohnern der JAG und die Region war zu keiner Zeit in der Lage, die nationalen und kulturellen Bestrebungen der sowjetischen Juden zu verkörpern. Im Jahr 1939, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, machten die Juden knapp 20% der lokalen Bevölkerung aus. 1989 betrug ihr Anteil nicht mal mehr 5%. Aber wie war es denn jetzt dazu gekommen? Rätselhaft mutet der Beschluss aus dem Jahre 1928 an, durch den der Distrikt Biro und Bidjan zum offiziellen Territorium für jüdische Siedner erklärt wurde. Russland hatte dieses größenmäßig mit Belgien vergleichbare Gebiet 1859 annektiert und nach seinen beiden Flüssen, wie heißen die wohl? Bira oder Biro und Bidjan, das sind die Nebenflüsse des Amur benannt. Also das sind die beiden Flüsse, die dieses Gebiet durchflossen. Hier ist es im Sommer heiß und regnerig, die Winter sind kalt und trocken. Also super Wetter. Und insbesondere im Norden gibt es Berge mit dichten Wäldern. Und an Naturschätzen ist das Gebiet reich und war damals von Sumpflandschaften und Marschen durchzogen. Neben einigen Hunderten... Da bin ich mal direkt hin. Das ist mein nächstes Urlaubsziel. Das klingt so geil. Ich will da hin. Da kannst du auf jeden Fall ganz viel Zeit für dich alleine haben mit ganz vielen Fliegen. Oh yes. Der Herr der Fliegen. Die Sowjet-Edition. Und es gibt da noch so rund 100 sibirische einheimische Völker. Wobei Ethnienvölker, das ist immer so ein bisschen schwierig, in den Regionen die klassisch zu definieren. Also das steht dann so, dass es über 100 einheimische Ethnien gegeben haben soll. Aber die Zahl können wir mal ein bisschen senken. Und die lebten momentan noch als Jäger und Sammler. Und am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten etwa 27.000 Siedler überwiegend sogenannte Großrussen, Koreaner und Ukrainer sich dort niedergelassen. Bereits 1924 war der sowjetische Ferne Osten ein integraler Bestandteil des Plans zur Ansiedlung von Juden im Land gewesen. Einige führende jüdische Aktivisten der KOMSET, was ist jetzt die KOMSET, das ist das Komitee für die Ansiedlung von Arbeiterjuden auf dem Land, und der jüdischen Sektion der Kommunistischen Partei, ja auch die gab es, opponierten lautstark gegen das Biorobijan-Experiment, da die Region von, ja, angestammtem Siedlungsgebiet der Juden sehr weit entfernt lag. Sie wurden jedoch von Stalin und anderen Verfechtern des Projektes überstimmt. Die Regierung wollte den Zuzug von Juden in die Ukraine, nach Weißrussland und auf die Krim aufhalten. Das waren momentan die Zuzugsgebiete. Zudem traten die Funktionäre in den Kommissariaten für Verteidigung und Landwirtschaft für eine stärkere sowjetische Präsenz im Fernen Osten ein. Das Land musste erst erschlossen werden. Ist ja noch nicht so lang russisch oder sowjetisch. Wie macht man das? Na, indem man da Siedler hinschickt. Das Territorium mit seinen noch brachliegenden ökonomischen Ressourcen war, angesichts möglicher chinesischer und japanischer Expansionsgelüste in den 20er Jahren, von geostrategischer Bedeutung, könnte man fast sagen. Also sowohl Ching-China, beziehungsweise dann bald kommunistisch China, dann in dem Zeitpunkt schon, und ja auch die Japaner mit der Manchurei hatten ja expansionistische Ideen. Wie verschieden andere Minderheiten, etwa die Volga-Deutschen, nahmen die Juden eine Sonderposition ein, besaßen sie ja noch kein nationales Territorium. Ich weiß nicht, inwiefern euch die innere Konstitution Russlands bekannt ist, aber dort haben ja ganz viele dieser Ethnie in solcher mehr oder weniger autonomen Gebiete zugesprochen. Also es gibt zum Beispiel Tatarstan, es gibt ein, ja also noch dieser Volga-Bulgaren gibt es noch ein Gebiet, oder Bashkiristan, also für die Bashkiren, Tatschikistan, also nicht Tatschikistan, das gibt es tatsächlich, wie heißen die, nicht Tatschiken? Kirgisen? Das ist auch ein eigenes Land. Ja, die berühmt berüchtigten Messermänner. Wie heißen sie nochmal? Oh Gott, rassistisches Stereotyp. Als Saarbrücker würde ich sagen, oder in Saarbrücken ansässiger würde ich sagen, Leute aus irgendwie Volscht. Nein, nein. Oh, Leute. Meinst du damit jetzt irgendwie Kosaken oder sowas in der Richtung, die ja auch eigene Gebiete bekamen, oder? Kosaken sind keine Ethnie. Kosaken sind was ganz Interessantes. Ich traue mir nicht jetzt in DuckDuckGo Messermänner einzugeben. Ah, es gibt dieses Lied. Oh Gott, habe ich gerade einen Blackout. Ich lande da bestimmt bei der AfD oder so einen Scheiß. Tschetschenen. Ach, ich dachte noch die ganze Zeit, Worum Mord schon seit den 80ern immer wieder. Ist das auch ein eigenes Land geworden? Nee. Ach nee, es ist etwas umkämpft. Okay, gut, ja, ich gebe es zu. Ja, das ist da. Okay, gut, gut, ja. Ja, aber das sind ja diese ganzen autonomen Regionen in Russland. Ja, ja, ja. Sorry an alle Russen. Tschetschenen, whatever. Tut mir leid. Oh Gott. Es war mein Stereotyp. Notfalls schneidet man es zur Sicherheit aus. Wir hängen ja an unserer Gesundheit. Mit einer Messe? Nee, genau, mit einem Messer. Okay. Die sowjetische Politik war anders als wir in den 20er Jahren bestrebt, die Lage solcher Minderheiten zu normalisieren. Was anders als wir? Also wir im Sinne von wir Podcastende? Ja, wir haben sie gerade nicht versucht zu normalisieren. Also, das muss man natürlich immer im Kontext sehen. Also im Kontext der Zeit. Alles in Anführungszeichen. Sorry. Also, die Sowjetunion war bestrebt. Genau. Und das tat sie, indem sie eben diese Enklaven für sie errichtete. Die Befürworter dieses Birovijan-Projekts oder der Idee vertraten die Überzeugung, dass die Errichtung einer territorialen Heimat für die sowjetischen Juden die Entwicklung einer weltlichen, auf sozialistischen Prinzipien basierenden jüdischen Kultur begünstigt und gleichzeitig die nationale und kulturelle Festigung der sowjetischen Judenheit garantieren würde. Klar. Jetzt bitte hier noch die Hymne einspielen. Erschreckend, dass wir direkt die Melodie kennen. Dankeschön. Jetzt haben wir uns auch noch einen in Russland gemacht. Ich weiß nicht. Der sowjetische Präsident Michael Kalinin hatte dann die Schaffung eines jüdischen Territoriums zu seinem Lieblingsprojekt erhoben, um den Fortbestand der jüdischen oder jüdischen Kultur zu sichern. 1926 erklärte er, jetzt müsste das eigentlich, um uns noch mehr Feinde zu machen, in so einem russischen Akzent vorgelesen werden. Es erscheint durchaus, ich kann es nicht. Das war französisch, nee, das geht so. Es erscheint durchaus natürlich, dass die jüdische Bevölkerung ihren Platz in der Sowjetunion anschreibt. Das jüdische Volk steht vor der... Jetzt werden wir ihn richtig beleidigen. Könnten wir die Akzente vielleicht sein lassen. Aber warum? Einfach nein. Okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Ich glaube, wir sind heute alle etwas, haben heute alle etwas viel Sonne abbekommen. Egal. Das jüdische Volk steht vor einer großen Aufgabe, seine eigene Nationalität zu bewahren. Und aus diesem Grund muss ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung, ich denke hier an wenigstens einige hunderttausende Menschen, eine wirtschaftlich stabile, landwirtschaftlich kompakte Gruppe bilden. Nur unter diesen Voraussetzungen dürfte die jüdischen Massen auf einen Fortbestand ihrer Nationalität vertrauen. Grundsätzlich ja nicht schlecht, ne? Also so als Grundleitgedanke. Ja, das ist halt, wenn du irgendwelche Theoretiker und karschnäuzige Verwalter an so ein Thema ranlässt, weil das funktioniert mit Sicherheit auch super in deren Köpfen. Bis dieser nervige, schwierige, obstinate Faktor Mensch reinkommt. Weil sobald nämlich der Mensch irgendwo mitspielt, läuft es meistens nicht mehr so einfach. Das musst du russisch aussprechen. Mensch. Mensch. Ey, ich dachte nicht. Sobald Mensch kommt rein, ist Scheiße. Naja, aber das ist, es erinnert mich, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Spur, aber es erinnert mich voll an dieses Problem, das die Chinesen immer noch haben mit den Auswirkungen ihrer Ein-Kind-Politik. Und wenn man sich dann mit der Ein-Kind-Politik beschäftigt und rausfindet, dass die Leute, die die Idee dafür hatten, in diesem kommunistischen System, Raketenphysiker waren. Und man sich einfach nur denkt, ja, natürlich kann das nicht gut gehen, das sind Raketenphysiker. Natürlich können die sich nicht mit auskennen, was für Auswirkungen das auf eine Gesellschaft mit tatsächlichen Menschen hat. Ja. Genauso ist das hier. Das wird alles super funktioniert. Wir brauchen so viele. Raketchen, Raketchenwissenschaftler. Genau. Wir brauchen nur genug Leute, wir brauchen nur genug Leute. Ja, wow. Alles funktioniert. Nein, oh Gott, jetzt sind wir so tief gesungen. Scheiße. Ihr habt heute echt einen Sonnenschadler bekommen, oder? Oh Gott. Es tut mir leid, aber der muss gesagt. Oh je. Wie schlecht, Leute. Oh Mann. Ich spare mir heute das Betteln nach Bewertungen, das bringt heute nichts. Okay, wir machen jetzt einfach ganz ernst weiter. Also, in dem Dekret, das nicht Juden ausschloss, hieß es weiter, dass im Falle der erfolgreichen jüdischen Siedlung ein jüdisches nationales administratives autonomes Gebiet errichtet werden könnte. Dieser Plan ging dann 1934 in Erfüllung, als der Distrikt zum jüdischen autonomen Gebiet, Oblast, mit Biroblishan als Hauptstadt erhoben wurde und im Status einer nationalen Heimatstätte der sowjetischen Juden erhielt. Das jüdische Siedlungsvorhaben im JAG war von der Idee bestimmt, die sowjetischen Juden aus ihrer Unproduktivität zu befreien, Anführungszeichen. Ja, steht hier übrigens mal im Skript auch hier wieder in fette und dicke Anführungszeichen. Nee, nee, das ist klar, dass das nicht deine Ausdrücke sind, das ist aber genau das, was ich meinte. Das ist das typisch nüchtern, kalte, menschenignorierende Bürokratengewäsch. Man warb also arme Juden, die keinen Beruf erlernt hatten, zur Landarbeit in der Region an. Mit großzügigen Angeboten wollte man diese in das JAG locken. Also jüdisches autonomes Gebiet bzw. jüdisches autonomes Oblast, JAO. Die Regierung übernahm Reisekosten für die Auswanderungswilligen und ihre Angehörigen oder ein Teil davon und sorgte für ihre Verpflegung. Auch gewährten sie ihnen Kredite, Steuerfreiheit oder andere materielle Vorteile. Allerdings bereiteten die Behörden, die die neuen Siedler, die zumindest keine einsteckige Erfahrung besaßen, kaum auf die Strapazen vor, die sie in der unbekannten und unwirtschaftlichen Region erwarteten. Also das sind ja dann häufig tatsächlich ehemalige Arbeiter, die aus Fabriken genommen werden und dann sich halt im sprichwörtlichen Arsch der Welt eine eigene Heimat aufbauen müssen. Ja, bestand da irgendwas, auf was die Zug... Also muss ich mir das so vorstellen, die werden da hingeschickt und da sind dann aber wenigstens auch, ich sag mal, grundlegende infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben. Das heißt Häuser, die eventuell bereitstehen oder zumindest eine Infrastruktur, wo man schnell Wohnraum zum Beispiel schaffen kann. Oder werden die wirklich wie irgendwie im Wilden Westen mit einem Dreck losgeschickt? Ich weiß nicht, geht die Transsibirische Eisenbahn da irgendwo durch die Gegend, dass die wenigstens damit fahren könnten? Und dann stehen die da auf wilder Flur, da steht dann so ein Sowjetfunktionär und sagt, hallo. Hier bitte Stadtgründen, oder legen die da irgendwie in der Kälte mit nichts los? Oder wie war das dann etwa? Das werde ich dir gleich noch beantworten, aber... Ah, okay, sorry, ja. Nee, nee, die Frage stellt sich ja tatsächlich, aber um die so ein bisschen vorweg zu greifen, es war schon sehr, 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 sehr wenig da. Also sie mussten wirklich fast bei null anfangen. Ich kenne das von ein bisschen früher aus der russischen Geschichte, als sie die Deutschen da irgendwo angesiedelt haben. Da gab es ja auch eine Auswanderungswelle und die haben dann wirklich nichts gehabt. Die hatten dann irgendwie Zeug mitbekommen, so zum Häuser bauen ein bisschen was. Aber ansonsten kamen die wirklich, wie du gerade gesagt hast, wie im Wilden Westen mit ihren Zugkarren da an, haben sich dann einen schönen Ort ausgesucht und dann ihre Stadt da gegründet und wirklich von null angefangen. Wie Pioniere halt, ne? Ja. Meine Güte. Ja, neben den ja nicht wirklich menschenwürdigen Unterkünften, werden wir noch sehen, sorgten sie auch nicht für Lebensmittel, medizinische Versorgung oder angemessene Arbeitsbedingungen. Die raue Wirklichkeit des Alltags in den ersten Jahren in Biodoptischaren stand im krassen Widerspruch zu den Versprechungen und öffentlichen Erklärungen der Regierung. Die jüdischen Pioniere klagten häufig, man habe ihnen unbrauchbares Land gegeben, das weder trockengelegt noch vermessen worden war. In anderen Fällen mangelte es an dem neu gegründeten, chronisch schlecht verwalteten und nicht organisierten Kolschosen und Sofschosen an grundlegende Voraussetzungen, also Trinkwasser, Stellen, Viehbestand, Werkzeugen und Geräten. Der sowjetische Journalist Viktor Fing begleitete 1929 eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation auf ihre Reisen in das JAG und verfasste einen schonungslosen Bericht über die entsetzlichen Lebensbedingungen. Die er dort vorfand. In Tishonkaya, jener Station, wo die meisten Migranten dann diesen sibirischen Boden betraten, also es gab eine Bahn dorthin, und die sich in wenigen Jahren zur Stadt Birobichan entwickeln sollte, hausten die Siedler in Notbaracken. Im Vergleich zu denen sich Gefängnisse wie Paläste ausnahmen. Das war sein Zitat. Zwar waren die Baracken nur als professorische Unterkünfte gedacht, bis die Migranten aufs Land geschickt wurden. Doch mussten manche von ihnen zwei bis drei Monate in Tishonkaya ausharren, da ihr zukünftiges Domizil noch nicht fertiggestellt war. Oder es einfach noch gar keinen Weg dorthin gab, weil die Sümpfe und Marschen noch alles versperrten. Andere kehrten völlig entsetzt nach Tishonkaya zurück, nachdem sie sich bis zu dem ihnen zugeliehenen Dorf durchgeschlagen hatten und dort dann die nicht lebensfähigen Lebens- und Arbeitsbedingungen gesehen haben. In einem Fall trafen die Siedler auf einem ungefähr 48 Kilometer von Tishonkaya entfernten Landstreifen ein und mussten feststellen, dass niemand sich die Mühe gemacht hatte, das Land zu vermessen. Es verfügte nicht nur über Trinkwasser, also es gab nicht in der Nähe irgendwas Trinkbares. Viele Familien hatten nur ganz knappe Lebensmittelrationen und Darlehen, waren bald aufgebraucht und dann litten sie an Hunger. Die Zahl der Bettler stieg rasch an. Manche Frauen sahen dann ihren einzigen Ausweg in der Prostitution, aber es gab nicht genug, das mag jetzt böse klingen, aber nicht genug reiche Männer, um sie zu bezahlen. Fink bilanzierte, dass der Grund für dieses Problem in der mangelnden Planung lag, wie man den plötzlichen Zustrom der Siedler hätte integrieren können. Nach dem Motto, in Russland, in Moskau entschied jemand, es ist eine gute Idee und dann schickt man sie rüber, aber die wissen das dort gar nicht eigentlich und sind nicht darauf vorbereitet. Ja, am Ende ist es halt das, was oft passiert, dass eine Entscheidung gefällt wird und nur die Entscheidung benutzt wird, um nach außen hin zu sagen, wir haben das doch jetzt geklärt, das ist doch alles super. Ob das dann tatsächlich in der Praxis super ist, danach fragt dann eben niemand mehr oder es interessiert halt auch gar keinen mehr. Das kommt einem gerade sehr bekannt vor. Ja, das ist der Gang der Dinge. Wenn da ja vor Ort gar nichts existiert, also ich gehe davon aus, da existierte ja auch vor Ort keine Verwaltung in irgendeiner Form. Ja, nicht mal irgendwie in Außenposten oder sowas, vielleicht maximal irgendwie, dass da mal eine rote Armee Patrouille alle paar Monate mal irgendwie vorbeischaut, dass da bloß irgendwie keine Chinesen auftauchen, aber warum wollten sie dagegen, ist ja scheiße auf Deutsch gesagt. Aber da ist ja wirklich auch gar nichts vor Ort, was dann sich irgendwie darauf vorbereiten kann. Ja, das interessiert ja auch keine Sau, das interessiert ja auch keine arme Sau, es geht ja nur um Symbolpolitik. Genau, und es ist ja am Arsch der Welt, was in des Wortes ja leider Gottes. Das heißt, selbst wenn du dann irgendwie, du schickst die Leute dahin und irgendein aufmerksamer, bemühter, offizieller, der da vielleicht dabei ist, stellt das fest, da fehlt es an allem. Bis der die Nachrichten nach Moskau geschickt hat, bis dann die Mühlen der Verwaltung da mal überhaupt tätig werden und bis dann solche Versorgungsgüter von irgendwo aus dem russischen Riesenreich quasi mobilisiert werden und dorthin kommen. Also selbst wenn die ja quasi sofort reagiert hätten, da sind ja so extrem lange Versorgungswege, so lange Verwaltungswege, das war ja quasi klar, dass das nicht gut gehen kann eigentlich. Ja, es kommt noch dazu, dass eben die überwiegende Mehrheit derer, die sich da auf den Weg machten, keine landwirtschaftliche Erfahrung hatten. Es waren eben Arbeiter aus den Fabriken, aber die nicht wussten, wie man eine Feldböe bestellt. Und es gab wohl tatsächlich, so sagt die Quellen, in diesen ersten Schüben keinen, der wusste, wie man Landrode trocken legt und geschweige denn bebaut. Und es gab ja auch keine, also es gibt tatsächlich schon eine ganz kleine Administration vor Ort, aber das ist halt irgendwie der Verwalter und der Angestellte und das war es. Das ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie ein städtisches Landwirtschaftsamt hätten. Ja. Gibt es nicht. Nach einem Bericht des Comset von 1932 stammten die Mehrzahl der 6200 Siedler, die sich in den ersten sechs Monaten des Jahres niedergelassen hatten, aus großen Städten, Weißrusslands und der Ukraine, wo sie als Schmiede, Zimmerleute, Schreiner und Schneider ihr Brot verdient hatten. Alles Berufe, die super sind, wenn es eine Infrastruktur gibt. Aber das sind keine Berufe, Zimmerleute vielleicht ein bisschen und Schreiner, aber das ist nichts, was eine Infrastruktur aufbauen kann. Das erinnert mich schon wieder an was, nämlich an die ersten Siedler oder einige der ersten Siedlungsaktionen in den amerikanischen Kolonien im 16. Jahrhundert. Ja. Ja. Überschätzende und Idiotische, dass, wenn es nicht so tragisch für die Beteiligten wäre, echt Slapstick-Qualitäten hat. Ja. In dem Gründungsjahrzehnt ließen sich etwa 35.000 bis 40.000 Juden in der Region nieder. Die meisten jedoch nicht viel besonders lange, weil die Ausstiegsrate lag über 50 Prozent und in den ersten Jahren sogar darüber. Also über 50 Prozent der Aussiedler kehrten dann wieder nach Zentralrussland, Westrussland zurück. Ich finde die Zahl ehrlich gesagt ein bisschen niedrig. Die hatten dann aber ihre ganzen Ersparnisse etc. schon aufgebraucht. Das heißt, die kamen quasi, die gingen aus relativ okayen Verhältnissen in, sagen wir mal, Zentralrussland los, gingen dorthin und kamen quasi als Bettler zurück. Na hurra, das ist ja mal eine Leistung. Also nicht für die, sondern vom Staat quasi, dass das klasse. Die zweite Möglichkeit, die sie noch hatten, waren dann auch die Städte des sowjetischen Fernostens, also Vladivostok, Schabarovsk und sowas. Also eben diese schon existierenden Städte, warum es dort auch immer noch eine relativ große jüdische Minderheit gibt. Aber eines der Gründungsziele der JAG wurde somit nie erreicht. Um 1939 lebten nur 25 Prozent der gesamten jüdischen Bevölkerung dieser Region auf dem Land und diese arbeitete nicht alle in der Landwirtschaft. Der Plan, eine große Zahl von Juden auf dem Land anzusiedeln, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und da denke ich, da sind wir uns ja mittlerweile einig drüber, nachdem wir so erfahren haben, wie es losging. Seit dem Eintreffen der ersten Siedler im Jahr 1928 verbesserten sich die Lebensbedingungen im JAG aber allmählich. Wenn gleich Land- und Stadtbevölkerung weiterhin mit schwerwiegenden Problemen, mit dem Mangel an Wohnungen und Nahrungsmitteln, an adäquaten medizinischen und hygienischen Einrichtungen konfrontiert waren. Die anhaltende Zuwanderung stellte die Fähigkeit der örtlichen Funktionäre, den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung Rechnung zu tragen, auf eine harte Probe. Sie waren einfach überfordert mit diesem ganzen Zustrom an Menschen. Wie gesagt, es gab keine große Administration vor Ort. 1935 besuchte ein Arzt auf seiner Reise durch den sowjetischen Fernosten auch das JAG. Er verurteilte die, Zitat, erbärmlichen, unhygienischen Zustände in Pirobichan, wo sich, Zitat, also wo, Zitat, sich in jedem Hinterhof zwei bis drei Müllgrüben befanden, Zitat Ende, und die Straßen und Plätze nie gesäubert wurden. Ein Bericht aus dem Jahr 1937 zufolge besaß die Stadt Pirobichan, die 1936 bereits 10.000 Einwohner zählte, noch immer kein Kanalisationssystem und keine Straßenbeleuchtung. 1937 keine Kanalisation. Das stunk wahrscheinlich erbärmlich. Trotz all dieser Unzulänglichkeiten wuchs das JAG aber stetig. Nicht schnell, aber stetig. Ökonomische Bedeutung erlangt es durch die Produktion von Zement, Zinn, Ziegeln, Papiererzeugnis und Bekleidung. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zählte die Hauptstadt ungefähr 30.000 Einwohner. Das Wachstum der Region entsprach der raschen Entwicklung des sowjetischen Fernostens der 30er Jahre. Also der Ferne Osten von Russland wuchs in der Zeit allgemein von der Bevölkerung. Nicht ganz unfreiwillig, weil die Sowjets da schon sehr Wert drauf legten. Aber es war also jetzt nicht außergewöhnlich schnell, dieser Wachstum. Aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels, also von, naja, für diese nun entstehenden Fabriken, waren die lokalen Funktionäre interessiert, kräftige Menschen, ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen und religiösen Hintergrundes, in die Region anzusiedeln. Weil wir haben jetzt eben die ersten, also mit den 30er Jahren, die ersten Fabriken dort. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass in der nationalen Hermannstätte der sowjetischen Juden, ja, Nichtjuden plötzlich zahlenmäßig bei den Einwanderern überwogen. Weil jetzt eben nicht mehr Wert drauf gelegt worden ist, was für eine Religiosität die haben. Es mussten halt gute Arbeiter sein. 1939 waren nur noch 18.000 der insgesamt 109.000 Einwohner Birobidjans Juden. Die meisten von ihnen, 75 Prozent, lebten in den wenigen Städten dieser Gegend. Wobei Städte bei 30.000 kleinen Städten. Wenn sie denn noch lebten, ne? Also 75 Prozent lebten in den Städten. Ja, ja, ich will damit sagen, ich meine, es gab ja dann, ich weiß nicht, ab wann, wann waren das? 36, 37, so begannen ja so diese Säuberungs von Stalin an geschulten Säuberungswellen. Gut, aber da warst du halt im fernen Osten dann so ein bisschen weit genug weg. Ja, ja, aber ich sage ja, diejenigen, die zurückgekehrt sind. War da nicht sogar die Chance, dass wenn man Stalins Unwillen auf sich gezogen hat, aber es war ihm nicht wert, dass man getötet wurde, dass man sowieso irgendwie da drüben, genau, ich wollte gerade sagen, dass deswegen die Bevölkerung im Osten so anstieg, weil du hast Scheiße gebaut, du gehst nach Sibirien. Nein, ich glaube, da hast du die, die sind eher in den Gulag geschickt worden oder gleich getötet worden, würde ich mal sagen. Ja gut, die Gulags waren ja häufig dort, um da die Infrastruktur zu schaffen für solche Siedlungsprojekte. Ja, okay. Das war ja der Zweck davon. Ja, 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 aber wer im Gulag war, war wahrscheinlich nicht mehr in den Städten oder Dörfern. Ja, es ist halt spannend, weißt du, wir reden da von einer Gruppe, die ja historisch und kulturell gesehen tendenziell eh eher urban vom Hintergrund ist, die ja quasi von ihren Arbeitsfeldern auch einfach kulturell eingeschränkt wurde, zwangsweise. Ja. Dass aus denen, die halt in Städten vor allem als eben Handwerker oder Händler oder sowas ihr Geld gemacht haben, über Jahrhunderte hinweg, dass aus denen jetzt halt nicht plötzlich eine Vollfunktionstüchtige von Agrar bis von mir aus städtischer Verwaltung und Säuberung irgendwie alles abdeckende Bevölkerung wird, ist eigentlich, muss eigentlich jedem klar sein. Aber im geplanten Sozialismus ist das natürlich ein bisschen schwierig. Nee, ja, stimmt. Weil da hat es zu funktionieren. Ja, wir haben dann ein Zitat von Semyon Dimershteyn, der entwarf 1934 ein sehr realistisches Bild von der jüdischen Präsenz im JAG. Zitat. Also, er merkte schon, es war jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass die Juden einfach durch Zuwanderung bald die Mehrheit stellen würden, sondern es muss erstmal aufgebaut werden und dann peu a peu kommt es eben dazu, dass die Juden irgendwann dort die Mehrheit stellen würden. Haben sie nie, aber das war so dann der Plan. Und die Ansiedlung auch von Ausländern im JAG beförderte dann das Wachstum der Regionen und machte deutlich, in welchem Maße Europa, Nord- und Südamerika und Südafrika über das Birobichan-Projekt informiert waren. Es gibt nämlich tatsächlich seit Ende der 2000er, der 20er Jahre bis Mitte des 30er Jahre über 1000 ausländische Juden zogen in das JAG. Eben aus Amerika. Wir kommen auch noch zu einem Beispiel. Ja gut, ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Also ich meine, die Vorstellung, eine, wie es ja jetzt auch heißt, eine jüdische Heimstatt zu finden, ist durchaus verlockend. Und ich meine, wenn man mit diesem Traum oder wenn man so einem Traum näher kommen kann, ich glaube, der ist dann relativ schnell wieder geplatzt, dieser Traum. Aber nachvollziehbar ist das schon, dass da viele, meinten sie, finden da ihr Glück. Wenn du dann auch die politische Disposition hast, Neigung. Ich meine, politische Affinität hat ja keine, hat nicht zwingend irgendwelche, ja, ethnischen oder Kulturgruppen irgendwie Präferenzzonen. Es gibt ja immer so Ausreißer, die dann halt quasi, ich nenne es jetzt mal ganz herablassend, quasi Ausreißer, die dann halt eben gegen unser vielleicht retrospektiv draufgelegtes Klischee doch für sowas dann zu haben waren. Ja, ja, weil kurios ist, dass ja der Begriff Bolschewismus oftmals gerade mit dem Judentum gleichgesetzt wird, ja. Also das ist, es ist total widersprüchlich eigentlich, weil, naja, gut, aber das ist eine andere Richtung. Machen wir erstmal weiter. Ab 1935 mussten alle ausländischen Bürger, die sich dort niederlassen, was machen? Was denkt ihr? Ein Kind zeugen? Ne, 200 Dollar bezahlen, anders kommt es halt. Das wäre mein Nächster. Ich hätte gesagt, ausländische Devisen ranschleppen, aber ja. Ja, ja. Ja, macht Sinn. Das Land braucht Devisen. Klar. Sie kommen in erster Linie aus Litauen, Argentinien und den Vereinigten Staaten, geleitet von dem Wunsch, dem Sozialismus mit aufzubauen und den verheerenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu entgehen, die ja in Europa zu dem Zeitpunkt wüteten. Wie zahlreiche frühere zionistischen Pioniere in Palästina fühlten sich auch diese Juden von der mysterischen Dimension angezogen, die sich mit der Landbestellung und physische Arbeit, die sich damit verbannt. Also dieses, wir schaffen unser Heimatland mit der Hand, naja, das ist im Judentum so ein bisschen verbunden. Eine Gruppe von 32 jüdischen Familien aus der Umgebung von Los Angeles verkaufte ihr Hab und Gut und übersiedelte in den 30er Jahren in das JAG. Nach einem Jahr kehrten sie aber alle wieder zurück. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Morris und Rose Becker aus Monrovia in Kalifornien, die 1931 mit ihren beiden kleinen Kindern in das JAG gingen. Also Beckers Eltern waren, als Morris noch klein war, aus Russland in die USA emigriert und verdienten ihren Lebensunterhalt als Farmer, also quasi so eine Re-Migration. Ein Mitglied der Kommune, die dann später befragt worden ist, erinnert sich auch an Rose Becker, die wegen ihres Eifers und Enthusiasmus mit der Schweinezucht beauftragt wurde. Doch Rose wurde im JAG so mancher ihrer Illusionen geraubt und sie starbte 1936 an einem Sonnenstich und ihr Mann kurz danach. Elizabeth, ihre Tochter, berichtete dann, dass ihr Vater, dessen Begeisterung für das Biodoptischen Projekt sich gelegt hatte, die Rückkehr in die USA schon plante, doch der Tod kam ihm zuvor und in den USA wäre er wahrscheinlich nicht verstorben. In vielen Städten auf der ganzen Welt gründeten Anhänger des JAG Komitees, die die Region bekannt machten und finanzielle Unterstützung leisteten. Also, jetzt mussten nicht mehr die Russen oder die Sowjets dafür bezahlen, sondern das Geld kam jetzt von außerhalb. Und es bedeutete, dass die bedeutendsten und aktivsten unter ihnen, das waren die ICOR, die Vereinigung für die jüdische Kolonisierung in der Sowjetunion, bei Mitte der 20er Jahre von prosowjetischen und amerikanischen Juden, die die landwirtschaftliche Besiedlung der Sowjetunion propagierten, gegründet worden. Nach dem Beschluss über Biodoptischen von 1928 konzentrierte sich das ICOR darauf, die Migration von Juden in die sowjetischen fernen Osten zu propagieren. Also aus den USA heraus machten sie Propaganda eben für das Projekt. Die ICOR, die zu Beginn der 30 Jahre aus über 100 lokalen Komitees bestand und über 10.000 zahlende Mitglieder besaß, brachte hunderttausende Dollar zum Ankauf von Geräten und Ausrüstung für die neuen Kolschosen und Fabriken auf. Also wie gesagt, amerikanische Spendengelder finanzierten nun den Aufbau des sowjetischen fernen Osten. Verkehrte Welt, ne? Ja, aber verkehrt auch, eigentlich nicht verkehrt, ja, weil das entspricht ja immer noch diesem anti-judaistischen und, oder schrägstrich jetzt heißt es antisemitischen Bild, ja, also jeder versucht das Problem Jude auf seine Art und Weise zu lösen, ja. Und das Ganze natürlich wieder in Anführungszeichen ist klar. Und ja, in diesem Fall halt so, ne? Verknüpft mit diesen Hoffnungen und Träumen, krasser Scheiß, Alter, echt krass. Wirklich abgefuckt. Brainfuck. Ja. Neben ihren Bestrebungen, die jüdische Migration in die JAG zu stimulieren, versuchte die sowjetische Regierung auch den spezifischen Charakter, jüdischen Charakter der Region durch den Gebrauch der jüdischen Sprache zu fördern. Kann jemand jüdisch? Ne. Ja, verstehen können es, glaube ich, viele, ja, sprechen. Ich versuche es zu lernen momentan, das ist wirklich schwer. Es hat viele, es ist ja im Prinzip deutsch, wie es in, von den jüdischen Gemeinden gesprochen wurde, wenn man so will, weitestgehend. Das heißt, wir haben ja auch im Deutschen einige Versatzworte und das amerikanische, amerikanischer Slang ist ja voll mit jüdischen Slangwörtern quasi. Aber da spielt halt auch noch ein bisschen Hebräisch rein. Also es ist nicht nur deutsch und dazu die jüdische Schrift, die ja auch nicht ganz die hebräischen Schriftzeichen sind, sondern auch ein bisschen verändert. Das ist schon ziemlich komplex. Ich habe vor einer Weile mal einen Bericht gelesen, dass jüdisch eine bedrohte Sprache sei im Moment, weil es tatsächlich ein bisschen aus der Mode irgendwie gekommen ist und immer weiter aus der Mode kommt. Das ist also quasi die Älteren immer noch gerne sprechen, aber bei den Jüngeren verliert es sich dann teilweise schon ein bisschen. Ja, also diese Versatzwörter, die kennen hier ganz viele, Meshugge und sowas. Ja, beschickert. Beschickert. Parallel zu der Erklärung jüdischer Sozialisten wie Chaim Chitlowski verfolgte der Kreml die Politik der Jüdigkeit, mit dem Jüdisch als Basis für die nationalkulturelle Konsolidierung der sowjetischen Juden etabliert werden sollte. Also es sollte eben die Nationalsprache werden, Jüdisch. Nicht Hebräisch, sondern Jüdisch. Das ja als Sprache der bourgeoisen Zionisten galt, das Hebräische. Und das sollte sicherstellen, dass die Kulturpolitik der sowjetischen Juden nicht, also selbst nicht eng an das Diktum der Zionisten hielt, sondern eben an das Diktum der nationalen Form der sozialistischen, nationalistischen Inhalts. Eben die Abgrenzung gegenüber den Zionisten über die Sprache dann. 1935 ordnete die Regierung an, alle amtlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen, Plakate und Anzeigen in jüdisch und russisch zu verfassen. Was jedoch geflissentlich ignoriert wurde. Verkehrszeichen, Bahnhofsschilder und Poststempel trugen jüdische und russische Aufschriften. Also meistens. Wie gesagt, nicht immer. Polizeiliche und gerichtliche Verfahren konnten ebenfalls auf jüdisch durchgeführt werden. Und noch heute, wenn man da hinfährt, gibt es ganz viele, also mitten in Russland quasi so, ganz viele Schilder auf jüdisch. Mit den jüdischen Buchstaben auch. Soweit ich das weiß, benutzt jüdisch dieses hebräische Alphabet, aber hat halt ein paar andere Laute. Ja genau, das Althebräische und hat halt ein paar andere Laute zugeordnet. Also ich habe euch mal gerade das Stadtschild von Bibi Roptichan zugeschickt, also das Eingangsschild. Ah ja. Boah, Alter, nee, ja, okay, ich bin raus. Wieso? Kein Stück kann ich nicht. Das ist toll, Viktoria, dass du das gerade in Angriff hast zu lernen. Ja gut, noch kann ich da auch nicht viel erzählen. Nee, nee, ist klar, aber schon allein die Tatsache, dass du es versuchst. Das ist auch tatsächlich nicht das reine Aleph-Bett. Also es sieht aus wie das Aleph-Bett, aber ist das irgendwie die spezielle russische Form davon? Oder sind das wirklich die jüdischen Zeichen oder ist das eine russisch gefärbte Version davon? Weißt du das gerade, Viktoria? Das kann ich dir nicht sagen. Also wie gesagt, soweit ich es verstanden habe, sind die jüdischen Buchstaben vielleicht ein ganz klein bisschen anders gemalt, mit einem Strich mal ein bisschen woanders. Aber an sich wohl wie das Althebräische, von den Schriftzeichen mit anderen Lauten teilweise. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest. Liebe Hörer, wenn einer von euch da besser Bescheid weiß, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da Bescheid sagen würdet. Und uns das erklären könntet. Bei unserer Hörerschaft würde ich fast wetten, dass das tatsächlich so ist, dass die das besser wissen als wir. Aber das daneben auf Kyrillich, das kannst du lesen, Karel, oder? Ja, das kann ich tatsächlich lesen, ja. Es gibt dann das nach Lazar Kaganovich benannte jüdische Theater. Der war übrigens ein enger Mitarbeiter Stalins, also so ganz zufällig ist das nicht. Und dort wurde dann das Ganze auch mit einem, also das wurde 1934 mit einem Gasspiel des Moskauer jüdischen Theaters eröffnet. 1932 besuchte der jüdische Schriftsteller David Bergelson auf seiner Reise durch Björobitschan einen literarischen Club, der jüdischen Schriftsteller als Versammlungsort und Inspirationsquelle diente. 1936 erschien die erste Nummer der jüdischen Literaturzeitschrift Vorpost und die jüdische Kultur stand ganz im Dienst des Regimes und feierte die Leistungen Stalins, den Fünfjahresplan und sowieso den ganzen sozialistischen Aufbau. So lautete zumindest die Formel des Kremls. Es kam ein bisschen anders. Die jüdischen Schulen der JAG vermittelten die Bedeutung, die dem Aufbau des Sozialismus zukam. 1937 wurde in den 16 Schulen mit knapp 2000 Schülern alle Fächer Selbstbiologie und Mathematik in Jüdisch unterrichtet. Jetzt kommen wir aber noch zu einem großen Punkt, den wir bisher komplett ignoriert haben, ist die Religionsausübung. Wie sah es denn damit aus? Weil das bekämpfte natürlich die Funktionäre des JAG, weil Kommunismus oder Sozialismus und Religiosität, das ist ja so eine Sache. Und die Quellen, die wir haben, geben nur sehr wenig Aufschluss über die religiösen Praxen im JAG der 30er Jahre. Doch es anzunehmen, dass manche Juden an ihren religiösen Traditionen festhielten. Etwa das Matzebacken oder das Pessahfest. Der bekannte deutsche Kommunist Otto Heller berichtete, er habe auf einer Reise in das JAG in den 1930er Jahren ein behelfsmäßig errichtetes Götterhaus oder Gebetshaus aus Lehm und Gras gesehen. Andere, die das Gebiet in den frühen 30er Jahren besuchten, erzählten, dass jüdische Siedler das Rosh Hashanah und Yom Kippur feierten. Also es gab Religionsausübungen. Gut, es wundert es nicht, aber naja. 1937 bildete eine Gruppe von Juden, darunter auch ein Mann, der eine Tora nach Biorobidishan gebracht hatte, einen Minjan, eine nicht registrierte inoffizielle Gemeinde, deren Mitglieder sich am Sabbat und an jüdischen Festtagen zum Gebet fahre. Zusammenfand in einer Synagoge und ja, das war eine Privatwohnung. Also es gab dann auch tatsächlich eine Synagoge. Auch die Bewohner der JAG blieben von den Säuberungen der stalinistischen Geheimpolizei zwischen 1936 und 1937 nicht ganz verschont. Das hatten wir schon angesprochen. Neben vielfältigen anderen Motiven geht es nicht zuletzt um die Konsolidierung der Position Stalins innerhalb der Partei und Regierung. Im September 1937 deportierten Sicherheitskräfte innerhalb von zwei Tagen 4.500 im JAG ansässige Koreaner und Juden in versiegelten Güterwagen nach Zentralasien. Diese Koreaner finden sich auch noch heute in Usbekistan. Das ist ganz verwunderlich, wenn man in Usbekistan lebt oder zu Urlaub ist und dann laufen da einem plötzlich Koreaner über den Weg. Man denkt, oh Touristen und dann sprechen die plötzlich Türkisch oder Usbekisch. Du denkst sie dann so, okay, aber das sind durch Stalin deportierte Koreaner aus der Gegend eben. Proponente jüdische Funktionäre wie der Regierungschef Josef Liederberg, das ist der ehemalige Direktor des Instituts für jüdisch-politarische Kultur in Kiew. Und der Parteivorsitzende Matvej Schafkin wurden konterrevolutionären Machenschaften bezichtigt und bourgeoisen Nationalismus und Trotzkismus eingeschlossen. Diese Männer und ihre Mitarbeiter traf dieses Los nicht nur, weil sie Juden waren, sondern weil sie aufgrund ihres Eintretens für die jüdische Sache politisch suspekt geworden waren. Liederberg warf die Säuberungskommission paradoxerweise vor, er habe versucht, das JAG als Zentrum der jüdischen Kultur in der Sowjetunion zu installieren. Das ist irgendwie komisch, wenn die Regierung, die das JAG als Zentrum jüdischer Kultur in der Sowjetunion installieren will, das jemanden vorwirft und ihn dafür verurteilt. Muss man nicht verstehen. Zwar wurden Juden, die diesen Säuberungen zum Opfer fielen, häufig durch andere Juden ersetzt. Doch das Auswechseln von Regierungs- und Parteifunktionären bedeutete, das Ende der Anstrengungen des Kremls dem JAG bedeutende Geldmittel und überhaupt Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Das OZ und das KOMZ, was eben jüdische Organisationen innerhalb der Sowjetunion waren, wurden im Zuge der Säuberungen aufgelöst und prominente Vertreter des biologischen Projekts eingesperrt und exekutiert. Also es wirkte sich nicht so sehr vor Ort aus, sondern eher in den Unterstützern im Kreml, in Moskau, da war der Hauptauswirkungspunkt dieser Säuberung. Diese Psychose, dieser Wahnsinn, der dort herrschte im Kreml, also ich sag jetzt mal, unter anderem auch ausgehend von Stalin, das ist immer wieder echt der Hammer. Also es ist echt, das muss ein, es muss ein total krasser, was ist das denn für ein Irrer, ne? Also wobei Irre, muss man aufpassen, das ist eigentlich nicht die richtige In-Kontext-Setzung, weil, naja ne, sobald man jemanden als Irre bezeichnet, dann pathologisiert man ja und das ist ja falsch, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sorry, Flo. Ne, da gebe ich dir vollkommen recht, Karl, also das ist genau das, was ich zum Beispiel auch immer, wenn es heißt Hitler oder die Nazis waren verrückt, ne, die waren nicht verrückt, das waren ganz normale Leute, auch wenn es für uns nicht geil klingt, das ist ja das Erschreckende an der Sache. Ja, aber was ich meinte war, das hatte ja bei Stalin wirklich Methode, weil Stalin war eine von diesen Personen, die im Chaos florierten. Ja, ja, ja. Der Mann schaffte es im Chaos, durch das Chaos, seine Macht zu behaupten. Das war ja auch der Grund für die ganzen Säuberungen, das war der Grund für diese teilweise ja willkürlichen Listen, die ja dann in der stalinistischen Sowjetunion bis dann eben zu seinem Tod, bis zum Schluss noch kursiert sind. Diese Willkürlichkeit, diese wahnlose Unberechenbarkeit, genau, du kannst heute dem System brav dienen und am nächsten Tag steht der NKVD vor der Tür und holt dich ab und du weißt noch nicht mal wozu, einfach weil Stalin, keine Ahnung, dein Schnurrbart nicht gefallen hat oder weil er einfach, der Name ist ihm auf einer Liste, auf einer Angestelltenliste oder sowas aufgefallen und da hat er gesagt, so und der ist jetzt weg. Das hat, Stalin kam aus einer kriminellen Karriere, der hat quasi für die Sowjetpartei, am Anfang für die Kommunisten, am Anfang, als die noch in ihrem Aufbau, in ihrem Aufstieg waren, hat der durch chaotische Aktionen, nicht nur die Schwarze, aber durch Verbrechen, der hat ja teilweise Banküberfälle organisiert, Raub und so weiter, Erpressungs, also so richtige mafiaähnliche Strukturen aufgebaut. Durch solches Chaos hat der Mann geherrscht und durch diese Angst, dieses Chaos verängstigt Leute und wie wir es immer wieder merken, auch heute noch, Angst ist eines der besten Mittel, um eine Gesellschaft unter Kontrolle zu halten und so zu steuern, wie du es willst. Wenn du skrupellos genug bist und wenn du es schaffst, in diesem Chaos deinen Weg zu halten, kannst du durch Angst so viel erreichen, wie durch sonst nichts. Du kannst Steuererleichterungen versprechen, du kannst sonstige Hilfen, du kannst alles mögliche Positive versuchen mit dem Staat, nirgendwo kriegst du so viel aus dem Staat raus, wie durch Panik, Angst und Chaos. Das ist das Schlimme dabei. Das Wort zum Sonntag. Amen, ja, leider. Der Staat ließ jetzt auf jeden Fall alle jüdischen Schulen im JTG, wie auch in der gesamten Sowjetunion, schließen. Die Juden des JTG genossen keine Sonderstellung mehr, die Regierung ging scharf gegen kulturelle und Bildungseinrichtungen vor. Und ja, die gemeinsamen Anstrengungen, Juden für die Migration in die Region zu gewinnen, waren beendet. Doch es gab ein weiteres Kuriosum in dem häufig sich selbst widersprüchlichen Unternehmen. Trotz der Attacken auf das JAG zerstörte der Kreml, vermutlich aus propagandistischen Erwägungen, die institutionelle und legale Grundlage des Gebietes nicht. Also, was heißt das für uns? Es existiert eben weiter. Und das ist ja auch was, warum es immer noch heute existiert. Also sie haben es eben nicht zerstört oder nicht zerschlagen, weil als propagandistisches Element gegen die USA, gegen England, konnte man es immer noch einsetzen. Und nach der Annexion Ostpolens, der baltischen Staaten und Teile von Rumäniens, wurde 1939-40 die partielle Umsiedlung der dortigen jüdischen Bevölkerung nach, wie glaubt ich schon, erwogen. Also nach dem Motto, wir haben da noch was in der Schublade, da können die hin. Das JAG, wie auch die sowjetischen Judenheit im Allgemeinen, erlebte durch das Trauma des Zweiten Weltkriegs eine Wiederbelebung dann. Weil wir jetzt in die Zeit nach 1945 schauen. In den Kriegsjahren war es ja zum Stillstand des jüdischen Lebens in der Region gekommen. Wie gesagt, es wurde verboten, es wurde unterdrückt, gleichgemacht. Aber nach 1945 haben wir eine neue Migration in die Region. Damit ist ein neuer Abschnitt. Wie gesagt, wir hatten jetzt diese Zeit unter Lenin. Wir hatten die Zeit des, ja, Florierens in Anführungszeichen. Nicht, dass es keine wirkliche gute Zeit war, aber es ist zumindest gewachsen. Dann haben wir die Zeit unter Stalin, das heißt, in Stillstand und dann eben diese komplette Zerstörung fast schon. Und dann nach 1945, eben die dritte Periode, es beginnt wieder zu wachsen. Immer noch unter Stalin. Ja. Ja. Zehntausende sowjetische Juden waren durch die Kriegshandlung der Deutschen heimatlos geworden. Und überdies wurden zahlreiche heimkehrende Juden von ihren ukrainischen, weißrussischen Nachbarn feindselig empfangen. Diese inneren Faktoren trafen mit Bestrebungen zusammen, das Interesse der sowjetischen Juden von Palästina abzulenken, weil Palästina, Israel, Großbritannien. Ja. Ja. Und so kam es eben zu einer Wiederbelebung des JAGs. Zwischen 1946 und 1948 gingen 10.000 Juden nach Biotop-Tichan. Und viele von ihnen ließen sich als ungelernte Arbeiter oder Fachkräfte, als Ingenieure, Techniker, Agrarökonomen oder Lehrer auf Kulschosen und Sovschosen nieder. Ende 1948 lebten laut Schätzung 30.000 Juden in der Region. Viele von ihnen hofften, dass das JAG wieder den Status als autonome Republik erhalten wurde. Die offiziellen Bemühungen zur Wiederbelebung der Migration setzten dann auch nach Kriegsende wieder ein. Zu Beginn des Jahres 1946 verkündete der Ministerrat einen Plan, die die Entwicklung dieser Region fördern sollte. Wie in den 30er Jahren geschah das auch im Rahmen der Zielsetzung, ja den gesamten sowjetischen Fernosten zu entwickeln. Eine Jüdin erinnert sich an ihre Übersiedlung aus dem Karkassus nach Waldheim. Waldheim ist jetzt kein Ort in Deutschland, sondern eben in der Gegend. Zitat. Im Oktober 1947 brachte mein Mann einen Zeitungsbericht mit dem Titel Der Ferne Osten wendet sich an neue Siedler nach Hause. Semyon und auch andere Familien in unserer Kolschosen redeten auf mich ein. Der Staat übernahm unsere Reisekosten, gab uns Geld für die Verpflegung und andere Ausgaben auf unserer Fahrt, sowie ein großzügiges, langfristiges Darlehen, sodass wir gleich nach unserer Ankunft und dem Bau unseres neuen Hauses beginnen konnten. Zitat Ende. Das kommt uns sehr bekannt vor, oder? Mhm. Es ist quasi dasselbe in grün, was Anfang der 30er gemacht worden ist. Ja. Finanzielle Anregungen, Darlehen. Geht dort dorthin, baut euch da eine neue Heimat auf. Persönliche Verluste im Krieg, tragische Erfahrungen veranlassen viele von ihnen, ein neues Leben an diesem Ort zu beginnen. Es gibt auch noch eine moldawische Jütin, die uns ein Zitat hinterlassen hat. Zitat, ich bin Näherin und habe alle Verwandte im Krieg verloren. Nur zwei Neffen von mir haben überlebt. Auch sie wollten nach ihrer Demobilisierung nach Biotischan auswandern. Zitat Ende. Also eben diese Erfahrungen im Krieg und auch das nicht mehr zu Hause sich fühlen in dem zerstörten Westrussland, wo die meisten Juden lebten, konnte man eben nicht mehr unbedingt hinter sich oder auf sich tragen. Und so ging man eben dann weg in eine neue Heimat. Eine Gruppe energischer und enthusiastischer Romanciers, Dramatiker und Dichter unter der Leitung von Boris oder Buzi Miller. Das ist der Hausgeber des Biotischaner Stern, Ende der 30er Jahre bis 1947. Ljublja Wassermann, Bea Schlucki und Israel MJ arbeiteten dann dort an jüdischen literarischen Projekten. Das jüdische oder jüdische Theater erweiterte sein Repertoire und spielte Stücke über den Holocaust. Der Schauspieler A.F. Gelfand bemerkte dann auf einer Parteikonferenz im Jahre 1947, dass JAG existierte, damit das jüdische Volk in seiner eigenen Sprache eine dem Inhalt nach sozialistische Kultur zu erschaffen vermag. Natürlich hatten nicht alle jüdischen Bewohner des JAG ihre eigenen jüdischen Traditionen, Wertvorstellungen und Pflichten. Und darunter auch die Einhaltung religiöser Bräuche aufgegeben in der Zeit des Krieges. Und auch Stalin mäßigte sich, insofern man das sagen konnte, beziehungsweise der Kreml. Also dieses ganz strenge Verbot von Religiösität wurde gelockert. Und das religiöse Leben erfuhr nun eine Erneuerung, einen Aufschwung. Ende 1946 nahm der Rat für religiöse Angelegenheiten eine Petition der Juden Biodobdischans zur Errichtung einer Synagoge an. Wir erinnern uns, in den 30er Jahren gab es ein Privathaus, was als Synagoge genutzt worden ist. Und jetzt gibt es eben eine offizielle errichtete Synagoge. Die besaß aber keinen Rabbiner, bloß einen Kantor. Und sie war eigentlich die einzig registrierte Synagoge im fernen Osten der Sowjetunion. Dafür, dass das die Heimat der Judenheit sein sollte, ziemlich erbärmlich, wie ich finde. In der für sie charakteristischen, aber valenten Haltung schlugen dann Parteifunktionäre allerdings Alarm, als 1947 vier bis 500 Personen, darunter auch Offiziere und Politizisten in Uniformen, ja, eben diese Synagoge besuchten. Wir haben Juden dort und jetzt besuchen die tatsächlich die Synagoge. Hilfe! Noch ärgerlicher war die Tatsache, dass die Eltern einiger prominenter Parteifunktionäre ohne jegliche Gewissensbüsse die Synagoge besucht. Also nicht nur parteilose, sondern es sind tatsächlich auch einige Parteifunktionäre in die Synagoge gegangen. Das geht ja gar nicht. Aufgrund dessen, im Fall der Chef der Geheimpolizei zu Beginn des Jahres 1948, ich plädiere nicht für Repressionen, doch erscheint es mir angebracht, unsere Arbeiter den Einfluss der Synagoge und der religiösen Juden zu entziehen. Hm, nur wie soll das gehen ohne Repressionen? Naja, die Regierung verstärkte die antireligiöse Propaganda und forderte zahlreiche offizielle Mitglieder der jüdischen Gemeinde auf, von ihren Posten zurückzutreten. 1947 zählte die Gemeinde 300 Mitglieder. Ein Jahr später 43. 1948, also im Jahr 1948, zogen es viele Juden dann vor, ins Theater oder ins Kino zu gehen, als an hohen Feiertagen die Synagoge zu besuchen. Obwohl die Partei diesen Erfolg für sich verbuchen konnte, übte immer noch viele Juden ihre Religion aus, wenn auch jetzt eher im Geheimen oder im Nicht-Offiziellen vielleicht. 1950 fand immer noch die höchsten Feiertage mit etwa 300 Juden zum Gottesdienst sich zusammen. Gleichsam als Wiederholung der Ereignisse der ersten Siedlungsjahre lebten die Neuankömmlinge häufiger aber immer noch mit Schmutz und Elend. Also, es ist nicht so, dass das jetzt besser geworden ist seit den 30er Jahren. Also, manche Kolchosen besaßen nicht einmal genug Geschirr und Kochtöpfe für die neu eingetroffenen Familien. Ihr Beginn ist quasi dann tatsächlich wieder von vorne. Also, alles was in den 30er Jahren passiert, das beginnt dann wieder in den 50er Jahren, sage ich jetzt mal. Also, Mitte der 40er, Anfang der 50er Jahre. Sie haben nicht gelernt. Aus Ermangelungen an ausreichender Anzahl von Betten, Matratzen oder anderen Möbeln war es durchaus üblich, dass Neuankömmlinge auf dem Boden schliefen. Und wen erstaunt es daher, dass sich auch das Letzte wiederholt? Es machen viele Kehrt und sahen sich nach einem besseren Leben um. 1946 zogen 9.000 von insgesamt 14.000 Personen wieder ab aus Biodoptichan. Also, 14.000 Personen waren in Biodoptichan eingetroffen, 45 nach dem Krieg. Und über die Hälfte zieht direkt wieder ab nach einem Jahr. Das ist schon eine ganz schöne Nummer. Und quasi mit den 50ern beginnt dann auch diese kurzfristige Wiederbelebung abrupt zu enden. Also, fünf Jahre ungefähr hält diese Zeit, wo das wieder einen Aufschwung erlebt, die Region. Und dann ist es wieder vorbei. Aus Furcht, die sowjetischen Juden würden sich nach der Gründung des Staates Israel politisch illoyal verhalten. Und angetrieben von maßlosem Antisemitismus, lancierte dann Stalin 1948 eine mörderische Kampagne, die jedes intellektuelle und kulturelle jüdische Leben in der Sowjetunion vernichten sollte. Und da haben wir dann tatsächlich auch eine Immigrationswelle nach Israel. Und, lieber Flo, das Ganze endet dann im Frühjahr 1953 in was? Naja, erstmal 1952 mit dieser erfundenen jüdischen Doktorverschwörung, wo ein Großteil der Medizinerinnen und Mediziner jüdischen Glaubens aus dem Gesundheitswesen Russlands entfernt werden. Und dann kommt es zu diesem blöden Zwischenfall, dass Stalin höchstselbst einen Schlaganfall hat und kein Arzt ist irgendwie greifbar, der ihm helfen könnte. Bitter. Also es hat ihm echt den Arsch gebissen, dass seine eigenen Leute diese Verschwörung sich überlegt haben, um die Leute hinter Gitter zu bringen, die ihn dann hätten vielleicht retten können. Aber wie gesagt, irgendwann gucken wir ja hoffentlich mal uns den Film The Death of Stalin an, da wird das wunderbar, wunderbar mit köstlicher, bitterer Schmerze porträtiert. Genau. Und jeder Kontakt zwischen Juden außerhalb der Sowjetunion und den Juden in der JTG wurde damit auch unterbunden. Die Region fiel eigentlich in eine Periode der aufgezwungenen Isolation. Das jüdische Theater musste schließen, der jüdische Unterricht wurde verboten, die Synagoge geschlossen. Die Geheimpolizei verhaftete die gesamte Redaktion des Biodop-Chaner Stern. Der Kremme ließ die jüdische Abteilung des Museums schließen und die Exponate vernichten. Örtliche Funktionäre, und dies war vermutlich die traurigste Aktion, verbrannten etwa die 30.000 Bücher der Judaika-Sammlung der öffentlichen Bibliothek. Es gibt dann von Basia Spivak, das ist ein ukrainischer Jude, ein kleiner Ausspruch, Zitat, Ich weiß bloß, dass dort ein schreckliches Klima herrscht. Ja, sie haben den besten Ort für Juden gewählt. Bör auf dich, Sian. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Krasses Thema, total interessant und sehr spannend von dir erzählt. Danke dafür, Elias. Es ist noch nicht zu Ende. Oh, dann erzähl weiter. Ja, ich meine, wollt ihr nicht wissen, wie es danach noch weitergeht? Äh, schon. Geht's da noch weiter? Ja, es existiert bis heute. Ja, es existiert bis heute. Ja, es existiert bis heute. Ja, äh, ja, klar. Was das allerdings dann wirklich bedeutet. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter. Wir hängen gebannt, aber nur im übertragenen Sinne an deinen Lippen. Ja. Deswegen nur im übertragenen Sinne. Trotzdem, bäh. Viel zu warm dafür. Ja, das Hängen funktioniert ja ganz gut, weißt du, so. Kleben. Wir hängen. Kleben. Ja, kleben. Es gibt nur noch ein Zitat von Boris Miller oder Boris Miller. Der hatte. Boris. Ja, ich muss das Niveau ja wieder senken. Der hatte die Jahre im Gulag überlebt und der schrieb, das jüdisch-autonome Gebiet war unsere Hoffnung, hat unsere Hoffnung nicht erfüllt. Es wurde vielmehr zur Fabrik für jüdische Assimilation. Und genau das hat der Kreml auch gewollt. In der Post, also in der Stalin- und der Post-Stalin-Ära. Eben die Assimilation der Juden. Ja. Und wir haben dann auch noch den Bericht des amerikanischen Journalisten Harrison Salisbury. Der war 1954 in der Region und der schrieb, Es lag auf der Hand, dass Beorup de Schan seine Bedeutung als jüdisches Zentrum schon vor langer Zeit eingebüßt hatte. Ich konnte keinen spezifischen jüdischen Charakter ausmachen. Als Zentrum des Judentums war es gestorben. Und es hatte auch niemals allzu viel Lebenskraft besessen. Ich glaube, da können wir ihm ganz gut zustimmen, oder? Mhm. 1959 machten die Juden weniger als 9% aus. Das waren 14269. Und 1970 waren es nicht einmal mehr 7%. Da waren es 11.452. Trotzdem diente das Gebiet, in dem es seinen formalen Status aufrecht erhielt, weiterhin den Absichten des Kremls, wohl als Beleg für die Bereitschaft des Regimes, den Juden nationale und kulturelle Rechte einzugestehen. Dass sie dort die nicht so wirklich bekamen, ist was anderes. Ja, der Propaganda kann man sehr gut verkaufen. Genau. Perestroika, Klasnost und in der Folge der Zusammenbruch der Sowjetunion ermutigte dann aber örtliche Funktionäre und jüdische Aktivisten, das jüdische Leben im JAG neu im Atem einzuhauchen. Wir haben eine dritte Wiederbelebung. Boah, alter Falter. Wie denkt er, geht es dieses Mal aus? Hallo, mein Name ist Putin. Wladimir Putin. Ja, ich habe leider den Fehler gemacht, in die Wikipedia nach der jüdischen eutonomen Gegend zu gucken und habe dort die Bevölkerungszusammensetzung schon gecheckt. Ergo kann ich mir schon denken. Und? Wie ist er? Das wird dir Elias gleich sagen. Ja, irgendwann schon. Aber erstmal machen wir mal weiter in den 90er Jahren. Scheiße, ey. Auf jeden Fall, die neue Regierung nahm den Status des JAG als jüdisches Territorium ernst. Trotz der schwindenden Anzahl jüdischer Bewohner. Und ja, auch damit ist drohende Untergang der jüdischen Gemeinde. Und das sowjetische Ministerrat versuchte 1990, das jüdische Siedlungswesen wiederzubeleben, indem er Migration, finanzielle Unterstützung und Wohnungen zusprach. Wir sehen also, es beginnt tatsächlich wieder von vorne. Bis zur Mitte der 90er Jahre wurde jüdisch an einigen Schülern überhaupt die Scherens wieder als Wahlfach angeboten. Und seit 1990 waren jüdische und jüdische Literatur für einige Jahre ein Teil des Lehrplans am dortigen Lehrerseminar. Der Kontakt zwischen den Juden des JAG und den verschiedenen jüdischen Kommunalen und akademischen Institutionen in Israel und den USA hat sich dann auch fruchtbar auf die Kenntnisse in jüdischer Kultur, Religion und Geschichte ausgewirkt. Jüdische Sommercamps und Kursangebote waren das bevorzugte Mittel. Man fuhr eben dann im Sommer nach Israel oder in die USA. 1994 verbrachte ein israelischer Rabbiner mehrere Monate in Beoroptichan, um das Verständnis der jüdischen Einwohner für ihre Religion, für jüdische Bräuche und Riten zu vertiefen. Weil die hatten tatsächlich ziemlich vergessen, was es bedeutete, Jude zu sein. Jüdische Festtage, wie zum Beispiel Purim, öffentlich zu feiern, wurde dann wieder zur Normalität. Man durfte es wieder. 1992 finanzierte Funktionäre in Beoroptichan mit staatlichen Geldern das Purimfest, das auch von lokalen Fernsehsändern ausgestrahlt wurde. Auch das wöchentliche Anzünden der Sabbatkerzen wurde 1994 im Fernsehen gezeigt. Die Regionalbehörden gründeten Mitte der 90er Jahre eine Abteilung für jüdische Kultur, um die Entwicklung jüdischen Lebens, insbesondere das Feiern der jüdischen Festtage, zu stimulieren. Klingt doch ganz schön, oder? Ja, wow. Zu schön, als dass ich bereit bin, jetzt schon zu feiern, weil ich ahne, da kommt jetzt gleich wieder dieser typische Aber dann. Ja, genau das. Trotz all dem gab es immer noch schwerwiegende pragmatische und politische Hürden, die einer Neuentfaltung des jüdischen Lebens entgegenstanden. Wie schon in den 30er Jahren stellte der Mangel an menschlichen und materiellen Ressourcen ein Handicap für die Entwicklung der dynamischen jüdischen Kultur dar. Es gab nicht genug Juden, um es mal so böse auszudrücken. Und nur noch sehr wenige waren tatsächlich mit ihrer Religiosität und ihrer jüdischen Sprache vertraut. Bei der Volksteilung im Jahre 1989 gab es 1037 Juden, die noch jüdisch als ihre Muttersprache angaben und noch eine weitaus geringere Zahl dann noch als, ja, zweite Sprache. Zudem wirkte sich der anhaltende Exodus der Juden aus der Region negativ auf die Perspektiven einer Wiederbelebung aus. Also umso mehr sie investierten, es gab aber umso weniger Juden immer pro Jahr. Klasse. In den ersten fünf Monaten des Jahres 1996 wanderten rund 900 Juden, also ein knappes Fünftel der jüdischen Bevölkerung nach Israel aus. Und, ja, seit der späten 80er Jahren war die Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung um die Hälfte zurückgegangen. Und, lieber Karol, 2010 ist, glaube ich, noch in der Statistik drin, die du dort hast, oder? Ich glaube schon, ja. Warte mal, ich schaue mal schnell. Ja. Ja. Wie viel Prozent an Juden gibt es denn denn noch? Sollen wir raten? Ja, ratet mal. Ja, ratet mal. Das ist sehr gut. Zwei Prozent. Okay. Wer noch? Wer bietet mehr oder weniger? Eigentlich wollte ich vier Prozent sagen, aber nachdem Elias so gelacht hat, schätze ich ein halbes Prozent. Okay. Also ich kann euch, Olli noch? Ich kann euch schon mal sagen, es gibt 0,14 Prozent Deutsche. Oh. Wow. Das ist bestimmt mehr, oder? Also Deutsche. Na komm, sag eine Zahl. Komm, trau dich. 0,01. Okay. Karol? 0,9. 1600. Fett. Das ist doch mal eine jüdische Oblast, oder? Mhm. Aber hey, okay, aber ich will nicht vorgreifen, machen wir mal weiter. Vier habe ich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte jetzt noch den tatsächlichen Titel, wie er momentan heißt, obwohl ich den jetzt wahrscheinlich vergewaltigen werde, mit Jefresgayer Autonomier Oblast. Also das ist die autonome jüdische Oblast, so heißt das bis heute. Und man findet bis heute noch zweisprachige Schilder. Und die kann nur keiner mehr lesen, weil keiner mehr jüdisch kann. Ja, aber da ist doch, dann ist doch aber der jüdische Name viel schöner. Die jüdische autonome Gegend. Das ist viel eingängiger. Ja, nee, was ich sagen wollte ist, ich habe das jetzt gerade alles so ein bisschen gelesen, immerhin, immerhin gibt es in Birobdichan eine jüdische nationale Universität. Die von den 1600. Ja, also ich meine, wo gibt es das sonst? In Russland. Wie viele Studenten haben die da? Wie viele Dozenten haben die da? Das ist sowieso, also ich meine, hier wird ja wirklich das Judentum gelehrt, ja, also das heißt, irgendein Rebe aus irgendwoher, aus Israel, sitzt halt dort und versucht, das da weiter irgendwie aufrecht zu erhalten, das Ganze. Bestrebungen sind noch da, ja, das ist krass. Und jetzt bin ich tatsächlich am Ende angekommen. Also es ist halt echt blöd, dass das, das ist halt, also aus, aus krass formuliert ist es für das, für dieses Oblast blöd, dass halt Israel existiert, ne? Weil sobald halt Israel als etablierter und halbwegs sicherer Staat dann eben etabliert war, hab schnell noch die Kurve gekriegt mit halbwegs sicher, weil das ist ja wirklich immer noch ein Pulverfass, nur halt mit Atomwaffen, dass, dass halt quasi die Leute jetzt plötzlich eine, in Anführungsstrichen, bessere Alternative hatten, vor allem näher an ihrer Heimat, eben näher am geheiligten Jerusalem und so weiter, weißt du, wo dann halt so ein Oblast am Arsch Russlands halt einfach nicht so genial ist, wo man eh quasi immer noch die Minderheit stellen würde. Vor allem, wenn da das Überleben auch so schwer ist. Ja, ja vor allem auch der Staat, ich meine, wenn ich die Wahl habe, unter einem, ja eigentlich, die sind ja zwar eine autonome Region, aber die sind ja immer noch Russland. Das heißt, was Moskau sagt, das gilt ja weitestgehend auch für die größten Anteil. Genau, und dann wie gesagt, hallo, mein Name ist Putin, Wladimir Putin. Und der ist ja wirklich Autokrat par excellence. Gut, ich will jetzt mit Sicherheit keine Lanze für die jüdische Regierung brechen, die israelische Regierung, Entschuldigung, israelische Regierung brechen. Die machen auch ihre Fehler. Definitiv. Bibi ist weg. Ja, okay, jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir einen, ja kann man das so sagen, einen noch rechteren Dude da sitzen, aber die Mischung ist interessant, aber egal. Ja, das ist gerade, also ich glaube, ich habe noch nie so eine abstruse Regierungskohalität Ja, aber dann weißt du, wie schlecht die dran sind, ne? Also ich meine, dass sich links wie rechts zusammenschließen, um Benjamin Netanjahu wegzutun, krass, aber egal, wir bleiben jetzt mal bei der Oblast. Entschuldige, es ist aber, es macht halt, es macht halt für mich Sinn, dass dieser Oblast dann zum Scheitern verurteilt ist, weil spätestens sobald halt eben die Voraussetzungen an einem anderen Ort wesentlich, wesentlich attraktiver und besser sind, ja warum sollte ich dann überhaupt noch in dieses Oblast am Arsch der Welt gehen? Weil wenn ich tatsächlich solche Pseudo- oder neo-zionistischen Bestrebungen habe, dann, ich kann nach Jerusalem ziehen, als Jude dann quasi, ich muss nicht nach Ostsibirien ziehen, ich kann viel näher an das Zentrum und die Heimat meiner Kultur, meines Glaubens ziehen, beziehungsweise eben in eine Gemeinschaft, wo ich nicht zur Minderheit gehöre, automatisch, sondern wo ich eben unter meinesgleichen quasi sein kann, also ich sage die ganze Zeit als wäre ich Jude, aber genau, wo die Leute auch noch irgendwie wissen, was sie machen. Genau, genau, vor allem, wo auch mit Sicherheit der Lebensstandard wesentlich besser ist. Definitiv. Also das, ich glaube da, der Lebensstandard in Israel, selbst in den gefährlichen Gegenden ist mit Sicherheit ein ganzes Stück höher, als irgendwo in Ostsibirien. das ganz ungefragt, ja, ganz klar. Viktoria, für dich vielleicht aber ganz interessant, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gibt tatsächlich in der Bedobdichshan Universität ein Programm, wo die jüdische Sprache und Kultur, wie heißt denn das, sozusagen Auslandsstudenten und Studentinnen nahegebracht wird. Hey, Auslandsstudium in Sibirien, Viktoria, wann gehst du los? Ja, aber ich wollte jetzt gerade noch mal was sagen, am Anfang hattest du ja gefragt, wir hatten davon schon mal gehört, na, wusste ich es auch nicht, aber jetzt, wo du davon erzählt hast, habe ich mich erinnert, dass ich das irgendwie schon mal gehört habe, also das JAG war mir ein Begriff irgendwie, ich konnte es überhaupt nicht mehr eingrenzen, ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr woher, aber irgendwo habe ich schon mal davon gehört und ich möchte, glaube ich, sogar meiner Religionslehrerin dafür dann das Lob aussprechen, weil ich glaube, das war von da, dass es mir das ein Begriff ist. Gali Grü an die Religionslehrerin von Viktoria. Gute Leistung, ja, also, ich habe es tatsächlich, mir ist es dann auch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ich von der jüdischen Oblast schon mal gehört habe und zwar, erst mal ist tatsächlich gar nicht so lange her, im Zusammenhang mit der Aktion Frag einen Juden, die Marina Weisband ins Leben gerufen hat, empfehle ich übrigens auch vielleicht für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen näher mit dem Judentum und den Gebräuchen und der Geschichte und der Historie und all diesen Fragen, die damit verbunden sind, mal informieren möchte. Da gibt es auf YouTube den Channel von Marina Weisband und dort dann eine Reihe an Videos, wo sie gemeinsam mit Elia Havemann verschiedenste Fragen von ZuschauerInnen beantwortet. Ziemlich interessant. Ich habe noch eine Empfehlung, das kam mir vorhin auch noch in den Sinn, weil wir kurzzeitig dann über Gulags sprachen und so. Es gibt da einen, wie soll ich sagen, einen ganz, ich fand einen sehr beeindruckenden beeindruckenden Film, der basierte von einem Buch von einem Polen, das allerdings irgendwie ein bisschen umstritten ist, weil nicht klar ist, ob das jetzt fiktiv ist oder nicht. However, der Film war sehr beeindruckend, das ist einer aus dem Jahre 2010, der heißt The Way Back, Der lange Weg. Da spielt auch Colin Farrell mit und andere und Ed Harris und so und erzählt die Geschichte von vier Sträflingen, ich glaube polnischen Sträflingen, die aus dem Gulag flüchten und irgendwann dann über die Mongolei bis nach Indien irgendwie da kommen. Also der Film ist echt extrem, wie soll ich sagen, anstrengend, weil das, was man da an physischer Grenzerfahrung sieht, das ist schon echt unglaublich und wie gesagt, Vorsicht, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, das Buch, auf dem dieser Film basiert, ist wohl irgendwie umstritten, aber trotzdem vielleicht so ein bisschen um sich ein wenig in diese Gulag-Thematik und ja, einzufigilieren, Dingsbumsen. Hey, war 2011 bei der Oscar-Verlangung für Bestes Make-Up nominiert. Oh wow, ich glaube, das braucht es. Ich finde das irgendwie immer geil, weißt du, wenn du dann den Kontext siehst, was solche Filme erzählen wollen, weil du dann siehst, wie das dann, Bestes Make-Up, yeah, fuck yeah, klasse. Alter, von dem Film hatte ich gehört, also du empfiehlst ihn. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn echt beeindruckend. Same. Ja, ich empfehle ihn auch. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, übelst, interessantes Thema und ich habe, also wirklich, also das klingt, wie soll ich sagen, verlockend genug, dass man sich vielleicht, wenn es irgendwann möglich ist, tatsächlich mal dahin begibt, um sich ein Bild von der Tristesse zu machen, um es mal so auszudrücken. Ja, ich weiß nicht, ob es so ein Urlaubsziel gibt. nee, 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 also Urlaub ist das nicht, ist schon klar und wahrscheinlich ist da auch, wenn ich mir die Bilder da von der Universität anschaue, es ist jetzt nichts, Universität, Reise verbuchen. ist auf jeden Fall echt total spannend, krass alter Falter. Dann würde ich sagen, könnten wir zum Ende kommen, oder? Ich halte das für angebracht, ja. Nachdem wir schon das Niveau so zerstört haben am Anfang. Gut. Wie kann man uns denn am besten reichen? Wen überfalle ich jetzt? Flo, Telefonnummer. Ja, hier. 035184168620. Da kann man uns anrufen und uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Macht da ja eh keiner. Macht ja eh keiner. Hat uns schon mal jemals jemand eine Nachricht. Niemand. Ich dachte, ich dachte, das ist Trend und in Mode, weil alle haben jetzt irgendwie Dinge, wie heißt denn das? Flatrates und so. Das kostet doch nichts, Leute. Ruf doch an. Sagt mal hier irgendwas da drauf, so von wegen super, super schlecht, super gut oder ich habe eine Idee, whatever. Also ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die ganz Jungen ja nur noch über WhatsApp sich anrufen. Ja. Also quasi, weil sie Sprachis. 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 Ich meine, ich bin ein Freund von Sprachnachrichten, ja, aber Sprachis würde ich dir nicht nennen. Klingt doch gut, Sprachis. Ich finde, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So stellen wir alten Leute uns die Jugend vor. Genau. Sprachis. Während wir in unserem SUV sitzen und nach unten schauen. Weil der Rücken nicht mehr mitmacht, müssen wir ein SUV. Okay, egal. Tja. Ich bin heute bei Flo am Haus vorbeigelaufen und da gab es erst mal den Nieser des Jahrhunderts. Ich dachte, es gibt ein Erdbeben, aber ja, hat sich dann erst im Nachhinein herausgestellt, dass Flo gar nicht zu Hause war. Ja, ich war auf der Arbeit, wie es sich gehört und naja. Der kam aus Köln wahrscheinlich. Okay. Aber, lieber Karol, wenn man uns auf Twitter schreiben will, wie kann man das tun? Auf Twitter geht das wie immer unter dem Handel at Geschichtspot. Da ist es euch möglich, uns DMs zu schreiben. Tut das gern, uns anzutweeten, zu folgen, etc. Wir sind da, wir haben immer ein Auge drauf. Wir reagieren unbedingt und auf jeden Fall. Übrigens, ich habe gesagt, du hast gut reagiert. Wir haben da, ach siehste, ja klar, das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie, oder verwechse ich das gerade? Nee, vergiss es. Ja, danke für euer Feedback, macht weiter so. Sag mal Olli, du bist doch aus dem Ruhrpott. Gibt es eigentlich einen Geschichtspodcast zum Ruhrpott, der sich dann Hashtag Geschichtspott mit Doppel T hinten nennt? Es gibt tatsächlich den Kohle-Pott. Ich komme nicht aus dem Pott, ja? Das ist immer noch, ne? Ich weiß, du bist aus Köln. Sie gleich rumjammern, oder? Die Kölner. Ja, ja, genau. Wir sind schon so irgendwie komisch, aber nicht so komisch wie dir aus dem Ruhrpott. Karol, wollen wir das hier schnell an dieser Stelle unterbinden, damit wir keine weiteren Ethnie-Nationalitäten und was weiß ich beleidigen? Ja, ja. Köln ist keine Ethnie. Da widersprechen die Kölner. Victoria, wie kann man uns denn per E-Mail erreichen? Per E-Mail könnt ihr uns unter podcast at historia-universales.fm schreiben, was auch immer ihr für Gedanken habt, die vielleicht nicht in eine Twitter-DM passen. Exakt so, genau. Wobei eine DM geht sogar, glaube ich, ohne Zeichenbeschränkung, aber egal. Okay, ich habe kein Twitter. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz mit antügen. Ist das gut für die Gesundheit? Ja, ist das so. Natürlich, natürlich ist das gut für die Gesundheit. Ich vermisse nichts. Das merkst du dann aber erst, wenn du dann Twitter, aber egal. Ich hatte es mal. Wir wollen dich ja nicht überzeugen. Oh, aha, vielleicht musst du das einfach nur wieder reaktivieren. Donald Trump ist jetzt weg, angeblich sei es jetzt relativ zivil dort, habe ich gehört. Nein, einfach nein. Alter, die letzten Wochen, die letzten Tage waren heavy, wenn dir quasi dein gesamtes Twitter erzählt, dass du eh keine Chance auf dem Jobmarkt hast. Alter. Ich weiß. Aber vielleicht sollte man nochmal ganz kurz erwähnen, das natürlich auch der liebe Elias bei Twitter ist. Ja, wie ich gerade lautstark kurz getan habe. Ja. Wie bist du denn auf Twitter erreichbar? Sagen wir mal, vielleicht gibt es ja Menschen, die dir folgen möchten und dich direkt anscheißen wollen. Oh Gott. Soll ich dir jetzt dein Twitter-Handle sagen oder was? Nein, ich kenne das, aber ich weiß nicht, wie ich es aussprechen will. Ja, buchstabier einfach, so Emil, bla und so weiter. Ja, das ist ein bisschen E-L-J-A-H-M-Y-S-E. Ich glaube, man kann aber einfach einen Namen suchen. Okay, alles klar. Ja, wisst ihr was? Geht einfach auf das vorhin genannte Handle-Ad-Geschichtspot und da findet ihr, glaube ich, den Account von Elias auch in der Beschreibung. Das ist einfacher. Und natürlich nicht zu vergessen, in der Bio. Genau. Und dein und Ollis. Und Viktorian, ist sie die Spalter? Das ist voll okay. Oh ja, finde ich auch. So, wir haben ja dann noch Facebook, ne, Olli? Das will keiner wissen. Und wenn es doch einer wissen will, dann kann er auf die Seite gehen, historia-universalis.fm, unter Kontakt findet ihr die Daten. Okay. Sei doch nicht so, die Kölner sind so ein komisches Völkchen, wie es ist. Immer so von oben herab. Ganz merkwürdige Ethnie, ganz merkwürdige Ethnie. Gut, aber noch ganz kurz, nein, nein, noch ganz kurz, noch ganz kurz, weil das muss zum Schluss noch nicht rein. Welche Ethnie wollen wir jetzt noch beleidigen? Nee, pass auf, ganz im Gegenteil. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung beim ZELL, dem Zentrum für lebenslanges Lernen der Universität des Saarlands. Ich bin so stolz auf euch. Kaum bin ich dabei, denken wir alle dran. Ja, das ist toll. Ja, genau. Du hast ja nur gesagt, zuhören und so. Genau. Noch ein kurzer Hinweis für die ganzen Hongs, Assis, Rassisten, Faschisten, Rechtsradikalen, Antisemiten, Wichser und Wichserinnen, die auf YouTube unterwegs sind und vielleicht geneigt sein werden, genau dieses Thema in den Kommentaren irgendwie zu kommentieren. Wir schießen euch sowas von ab und zwar eure Kommentare in diesem Falle. Vergesst es einfach. Lasst es einfach. Okay? Verpisst euch einfach in eure rechten, neurechten Ecken. Holt euch dort gegenseitig einen runter und gut ist. Danke. So, explicit tag ist auch gesetzt. Ich meine, deutliche Ansage, ja. Ich meine, wir werden dem wahrscheinlich eh einen Titel geben, der nicht so direkt ins Gesicht springt. Ja, aber die hören dann irgendwas mit Judenproblemen und freuen sich einen Ast, weißt du, und kriegen einen Steifen und so. Ja, aber dazu müssen sie es anhören. Ach, ja. Das tun die ja meistens nicht. Also ich würde auf keinen Fall die Betitlung oder die Sichtbarmachung von so einem Video von so einer asozialen Minderheit dominieren lassen. Wenn wir das jüdischer Oblast oder sowas nennen und Leute, die es dann dadurch finden, weil sie sich für das Thema interessieren, einfacher haben, ist es völlig okay. Wenn dann irgendwelche Arschgeigen meinen, sie finden es auch super. Okay, deren Kommentare werden von uns gelesen, gelöscht und wir verurteilen sie dann im Stillen. wir lesen das nicht mal. Wir löschen das und zwar sofort. Wir lesen euren Dreck gar nicht. Tschüss. Verpisst euch einfach. So, okay. Also, liebe Zusage. Ich dachte, wir freuen uns alle über dumme Menschen und amüsieren uns, da kann man das doch auch mal lesen. Du darfst das dann alles lesen. Du darfst das lesen, genau. Du kannst das dann wegwischen. Also, liebe ZuhörerInnen, danke für eure Geduld. Ist eigentlich jetzt frech, dass du es nicht brauchst, dass du keine Geduld ist. Ist ja sehr unterhaltsam und interessant gewesen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran und ich danke euch allen, liebe Mit-PodcasterInnen, dass ihr dabei wart. Es war toll. Das mit der Geduld verstehe ich schon und ich bedanke mich für eure Geduld, weil das Thema manchmal doch nicht ganz einfach ist. Dementsprechend vielen Dank und auf euer Wiederhören. Reingeschauen und so. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.